Hey, in diesem Video zeige ich dir, wo du die Kartennummer von der Sparda-Bank finden kannst. Und zwar, es ist bei den meisten Karten auf der Rückseite und dann siehst du die Karten-ID plus der Nummer und das ist dann deine Kartennummer. Falls du das nicht sehen solltest, ist deine Kartennummer ganz vorne und zwar diese Nummer hier. Das ist vor allem bei älteren Karten der Fall und bei Kreditkarten kann es auch der Fall sein. Und wenn du gerade deine Karte nicht bei dir haben solltest, kannst du es auch wahrscheinlich im Online-Banking nachgucken, aber da müsstest du nochmal recherchieren. Und so leicht kannst du die Kartennummer von der Sparda-Bank herausfinden. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.